hallo und seid gegrüßt an diesem wundervollen morgen ja wir wollten uns auf den weg machen einen langen stock zu besorgen jetzt ist die frage gehen wir rechts rum oder gehen wir links rum da ich von da gekommen bin würde ich sagen wir gehen jetzt mal hier rum und schauen uns einfach auch mal eben einmal hier an was wir hier noch ergattern können wir sollten auf jeden fall wenn wir was finden alles einsammeln was wir finden können geht die sonne auf oder geht die sonne unter ich weiß es noch nicht so genau so also wir sind auf jeden fall jetzt schon mal gut ausgestattet mit essen und trinken das beruhigt dann doch schon ungemein so da hinten müssen wir hin und ich habe so eher das gefühl die sonne geht unter statt auf das heißt wir werden in der nacht da hinten ankommen was mich jetzt nicht so erfreut aber da lässt sich jetzt gerade nicht dran rütteln wir brauchen den langen stock und da sind glühwürmchen da war da irgendwas mit fernglas und glühwürmchen aber ich glaube nicht hier so man muss die spurten hier da höre ich doch ein huhn jetzt da werde ich verrückt so alles ernten wir nehmen alle langen stöcke mit so gucken wir auch eine lange stöcke haben und wenn ich es auch egal wenn die stöcke trotzdem mit kräfte hölzern und speer okay machen wir auch so crafting nahkampfwaffen müsste dadurch seine hölzerne harpune fackel keule hölzerner speer craften inventar ich habe aber immer noch keinen platz frei hier in der munition das heißt die axt müsste ich weg tun ich könnte die axt erstmal weg tun und den hölzern speer erstmal ausrüsten so ducke dich und schleiche ok jetzt ist die frage da drucken wir uns und dann schleichen wir wie lange sollen wir schleichen ich schleich mich mal davon vielleicht sollen wir auch ein tier erlegen das problem daran ist wenn ich schleiche bin ich so klein und ich sehe mein tierchen nicht da die haben mich natürlich gesehen das war klar so von der bergspitze aus haben die gesagt wir erinnern uns ja wenn es jetzt nicht dunkel wäre da echt jetzt hat er mich gesehen es ist viel zu dunkel der hat mich da auch schon wieder gesehen da unten am strand sind auf jeden fall welche so was haben wir denn hier okay den kriegen wir so essen baue ein lagerfeuer ist klar wir haben schon lager brauchen wir denn für ein lagerfeuer crafting aber wir können schon große kisten bauen jetzt ist gut lagerfeuer lagerfeuer mischein wir bauen wenn bauen wir normales lagerfeuer so platzieren interaktion aber wir haben kein stöckchen wir haben nur große stöckchen ok dann wird da nichts mit dem lagerfeuer als sei denn wir finden hier noch ein stöckchen da ist ein stöckchen da ist ein stöckchen so interagieren ach 5 5 stöcke will er haben ich werde narrisch 5 stöcke will er haben kann ich denn wie viele haben jetzt hier nach ist ja wunderbar haben wir doch alle so interaktion bauen wunderbar interaktion ne aber langstock nehmen wir jetzt nicht dafür stelle ein spindel feuer starter ok steinsäge essen ast laba rhabarber schiffsreparatur set lianen sei fernkampf waffen nahkampf waffen werkzeuge hier brauchen wir nochmal zwei ästchen für ich meine wofür sollen wir da eigentlich machen eigentlich ist quatsch ne wir haben ja wir haben ja unseren unser feuerschläge noch g so crafting aber wenn er zu haben will crafte bandagen da fehlen uns breite blätter ok breite blätter haben wir aber in unserer höhle da machen wir das jetzt auf jeden fall auch noch so 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 die nehmen wir aber auch mit hier ästchen die blätter so 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 eine fackel oder so brauchen wir da kommen wir nicht drum rum aber wir können hier eventuell eventuell schon mal den kladderadatsch mitnehmen weil wir brauchen die blätter ja 100 prozent sowieso ne so und was wir abgeerntet haben haben wir abgeerntet so dann haben wir auch noch ein paar kokosnüsschen so die zwei lassen wir erstmal stehen sonst sind wir gleich zu voll ich weiß nicht wie viel wie viel der hier hat so die nehmen aber mit noch so zacki zack so jetzt sollen wir breite blätter ne breite blätter sind hier und dann sollen wir was bauen bandagen bauen ok crafting da so so ok im lagerfeuer ehrlich jetzt entzünden craften craften crafte holzkohle ok den krebschen braten wir auch direkt kamillensaft wir müssen erst eine kiste herstellen ne für ein baum des kathografen gut aber ich würde sagen wir machen uns jetzt erstmal noch eine neue kiste weil ich kann mich schon wieder nicht bewegen heißt so große kiste aus stöckern mache man diesmal die stellen wir mal neben das bett hier so interaktion da brauchen wir jetzt kleine stücke haben wir keine zwei stücke gehabt da fehlt immer noch eine ich glaub es doch gar nicht aber ich kann die hier auf jeden fall schon mal da reinpacken wieder so da kann ich mich wieder bewegen wir brauchen noch ein stock das sind knochen ok aber knochen braucht die nicht brauchen stock ein stöckle da kriegen wir bestimmt ein stöckle raus nicht ausreichende haltbarkeit kann ich die nicht reparieren da fehlt uns ein stein für jetzt wird es dann tricky so so gut jetzt können wir die holzkohle erstmal hier rüber die knochen hier rüber wir gehen wieder ganz leer los damit wir die bandage nehmen wir mal mit ne langer stock bleibt auch hier messer nehmen wir mit die bleiben die axt lasse ich auch mal hier mal gucken die nimmt uns nur 32 von 80 7 von 51 gut dann sollten wir aber die kohle soll man mitnehmen die kohle soll man mitnehmen dann suchen wir jetzt mal den baum der wird uns doch da hinten okay da gehen wir mal hier rum so endlich ist hell wir können was sehen zudem würde ich sagen den holen wir uns sofort ne so so bevor der quatsch macht den da nehmen wir auch direkt mit essen ist essen essen ist essen so können wir gucken ob ein paar länge stöcke kriegen geht dann da hinten rum sammeln so dann müsst wir haben nenet gesehen was haben wir hier da fehlt uns aber wieso wir haben noch nacht keine ressource okay wo ist denn unser sperr jetzt habe ich mein sperr da liegen lassen oder war der kaputt nein habe ich da liegen lassen kann ich da noch was mitnehmen so was haben wir denn hier stücke die nehmen wir mit so es muss man nur den den baum finden also von der landschaft her echt schön hier da ist ach guckt an da ist der warm spuren von zivilisation ob ich die kriege ob ich so ein hühnchen kriege natürlich nicht lacht euch ruhig ins fäustchen irgendwann kriege ich euch schon noch so was haben wir hier da können wir auch noch nichts der muss noch wachsen hier haben wir breite blätter davon können wir noch ein paar mitnehmen gott schon wieder dunkel es wird schon wieder dunkel wird gerade erst hell moskitos so trinken müssen wir auch demnächst sei okay unser seil ist natürlich wo soll es anders sein nicht hier okay da kann ich auch nichts ernten kann man ja nicht irgendwie auch ein seil herstellen paradies vogel die nehmen wir mal mit oder ich werde von einem tier gejagt echt jetzt pilz und zwar nicht der an den füßen neuer bauplan perfekt ja dann bleibt uns ja nichts anderes übrig als unser seil zu holen und um dann und dann auf den baum zu klettern dann werden wir mal tun dann rennen wir mal eben ganz schnell zurück und holen uns unser sein da können wir uns schluck trinken haben kokosnüsse in der beine dann können wir uns schluck trinken eben und lieber denn hier kommen nehmen wir alles mit und dann können wir das ja schön in die kiste schmeißen nur aufpassen davon nicht überladen sind aber von 51 haben wir anzieht sachen müssen uns auch mal ein paar herstellen ich glaube dann haben wir auch ein bisschen mehr rüstung aber jetzt machen wir uns erst mal erst mal in unsere kleine höhle und holen uns das seil und dann kartograf kartografieren wir mal die also steine steine müssen wir noch irgendwie finden also wenn wir jetzt noch mal was herstellen müssen aus stein dann haben wir aber ganz schön die arschkarte gezogen so home sweet home so ich packe jetzt auf jeden fall erst mal die brocken hier raus so wo haben wir denn unser knochen ach so ich schmeiße hier alles in dem ich bin ein depp schmeiße schön alles in mein inventar statt in die kiste schlangen schwanz holzkohle so unser seil war hier ne da ist das seil perfekt und dann würde ich sagen schnabulieren war so dann machen wir uns mal noch ein bisschen von dem guten so so somit sind wir da dann auch wieder voll dann kann der wieder hier rein unser seil haben wir im gepäck dann rennen wir zurück wir sind voll gestärkt voller leben voller taten dran und jetzt kategorien war erst mal unsere karte ja weil da ist ja noch gar nichts drauf und wir brauchen ja hier so ein bisschen was so und dann würde ich sagen kümmern wir uns danach noch ein bisschen um ressourcen gehen dann mal das baumenü durch überhaupt so alles bauen können und machen können wir dürfen halt auch nicht vergessen dass wir uns essen und trinken besorgen müssen das sind c natürliche erholung ok ja also ich bin mir noch nicht sicher ob es jetzt nur so ein angespielt wird oder eine ganze staffel mir gefällt es eigentlich ganz gut aber ich bin mir noch nicht 100 prozent sicher so la 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 so hier kann man auch unser lager aufschlagen eigentlich oder was haben wir hier dann nehmen wir da alles mit so ehekarte kartierung beginn es ist zu dunkel ich sollte bis echt jetzt okay gut liebe leute dann warte ich jetzt hier idyllisch auf den sonnenaufgang und wir machen die karte ich hasse diese moskitos krieg gänsehaut dabei wir machen die karte in der nächsten folge fertig ich wünsche euch wie immer einen schönen tag schönen abend und schönen guten morgen je nachdem wann ihr die folge gesehen hat und ihr könnt natürlich gerne mal in die kommentare und was ihr von dem spiel haltet und ob wir eine staffel draus machen sollen oder ob wir einfach nur jetzt noch ein bisschen weiter spielen und noch ein bisschen genießen haut einfach mal rein die kommentare bis dahin wünsche ich euch einen schönen tag schönen abend und schönen guten morgen bleibt mir gesund gewogen euer dexter bei bei